Ich bin Sonja Bratzerol. Mein Name ist Sandro Gagnazzo. Ich bin Admi Asiri. Mein Name ist Natascha von Will. Ich bin Mirani Opliga. Mein Name ist Dani Luiz. Mein Name ist Karl Schweitzer. Hallo, ich bin Nesana Gutsch. Hallo, ich bin Niko Köhler. Hallo, ich heisse Katja Müller. Ich komme ursprünglich aus der Logistik. Ich habe dort meine Weiterbildung als Logistik-Fachmann abgeschlossen. Und habe dann den Quereinstieg in die Eitung gewoggt. Und bin jetzt an der Weiterbildung zum Wirtschaftsinformatiker dran. In meinen 25 Jahren durfte ich verschiedene Stationen durchgehen. Ich habe mich weiterentwickelt im Dispo. Dort habe ich Dispo aufgeschnuppert. Und bin jetzt in der stellvertretenden Position als Teamleiterin. Mein Karriereweg sieht folgendermassen aus. Ich bin gelernte Pharmassistentin und durfte dann als Quereinstiegerin und durfte als 40%ig im Volk mitwirken. Ich habe mich dann hochgeschafft als Stefan. Bis hin zur Ladeleiterin und jetzt regionale Verkaufsleiterin. Ich habe 1996 angefangen im Sortiment Layout als Fachberater. Ich war dann regional Verkaufsleiter im Verkauf mit verschiedensten Gebieten. Ich war dann am Schluss Ressorleiter, Bereichsleiter Stefan. Und habe dann 2003 als Ressorleiter im Frontservice gewechselt. Und bin jetzt auch an dieser Stelle. Mein Ziel ist Spass bei der Arbeit zu haben, mich weiterentwickeln und das Bestmögliche jeden Tag zu geben. Am Anfang habe ich befolgt durch ein Praktikum, wo ich auf der Jobseuche gewesen war. Dann bin ich auf den Stundenlohn gekommen. Und dann hat es irgendwann gewechselt auf eine Festdarstellung. Ich habe meine Grundausbildung zur Detailhandelsfachfrau bei Volk absolviert. Und habe dann darüber nach meiner Grundausbildung eine Leitungsfunktion übernehmen in einer Verkaufsstelle. Und bin dort gut acht Jahre als Ladeleiterin tätig gewesen. Und habe dann vor drei Jahren den Wechsel in die Akademie gemacht. Zuerst als Koordinatorin und jetzt in der neuen Funktion als Junior Ressorleitungsberufs bin. In jeder Abteilung, in der ich gearbeitet habe, habe mich richtig interessiert und engagiert. Und somit wollte ich das Beste daraus holen. Also ich bin seit vier Jahren beim Volk. Ich habe als Aushilfe angefangen. Danach bin ich fest eingestellt als Springerin. Nach einem Jahr habe ich mich entschieden, für Artikel 32 zu machen. Das ist die Weiterbildung für Erwachsene. Denn inzwischen bin ich als Staatsvertätigung erfordert. Und jetzt nach dem vergleichen Abschluss bin ich Ladeleiter geworden. Meine Ausbildung habe ich gemacht als Detailhandelsangestellte in der Zoofachbranche. Ich habe dann nach einem Jahr ungefähr gewechselt in die Logistik. Und habe dort verschiedene Branchen kennengelernt. Von der IT-Branche bis zur Pharmaindustrie, bis zur Schaltanlageindustrie. Und jetzt eben hier in Folge. In meiner 70-jährigen Karriere als Volkmitarbeiterin habe ich schon viele Highlights erleben. Das Führen von einer Verkaufsstelle oder der erfolgreiche Abschluss von Lernenden. Mein Highlight während meiner Karriere war, dass ich vor sechs Jahren einen Laden übernehmen durfte. Dort durfte ich den Detailhandelsspezialisten absolvieren zusätzlich. Und nachher dann einen grösseren Ladenwechsel. Dann habe ich die Retourenhalle angefangen. Dann bin ich ins Warenausgang. Dort habe ich mich weiterentwickelt. Und somit bin ich als Allerander im ganzen Lichtlager geworden. Mit einer offenen und interessierten Art, stehen die talentierten Mitarbeiter viele verschiedene Wege in der Folgewelt offen. Neue Volkmitarbeiterrate. Schau auf dein Team. Bis konzentriert und bis immer freundlich. Ich führe mich bei Volk wie ein kleiner Teil einer grossen Familie. Ich führe mich bei Volkmitarbeiter. Ich führe mich bei Volkmitarbeiter. Ich führe mich bei Volkmitarbeiter.